Herzlich Willkommen zu den Ninios vom 01.09.2014. Es gibt eine Zelda Rabattaktion, die bis zum Release von Hyrule Warriors andauert. Dabei könnt ihr Ocarina of Time für ein 3DS sowie Wind Waker für die Wii U mit einem Nachlass von 33% holen und The Legend of Zelda 1 und The Legend of Zelda 2 für 30% Nachlass. Dieses Angebot gilt bis zum 4. September bis 11. September. Ab dem 11. bis zum 18. September könnt ihr Link's Awakening, Oracle of Seasons, Oracle of Ages für 33% Nachlass, A Link to the Past für 37% Nachlass und Meine Schöpfe für 28% Nachlass erwerben. Wenn ihr eines dieser genannten Spiele gekauft habt mit dem Nachlass, könnt ihr Hyrule Warriors im eShop für 10% Nachlass erwerben. Des Weiteren könnt ihr auch A Link Between Worlds für 22% Nachlass vom 19. bis 26. September erwerben. Wenn ihr alle Aktionen mitmacht und alles kauft, könnt ihr 163,97 Euro sparen. Das sind ungefähr 53% vom Originalpreis. Am 4. September kommt folgendes für die Wii U. Cubeman 2, das wird bei uns 7,99 Euro kosten. In England 6,99 Euro. Castlevania 3, Dracula's Curse bei uns für 4,99 Euro. In England oder in Großbritannien für 3,49 Euro. Gargoyle's Wurst 2, The Demon Darkness bekommen wir für 4,99 Euro. In Großbritannien für 3,49 Euro. Für den 3DS könnt ihr European Conqueror 3D für 3,99 Euro und 4,49 Euro erhalten. Mega Man Xtreme für 4,99 Euro oder 4,49 Euro. Für den 3DS gibt es folgende Reduzierungen. Football Up 3D könnt ihr für 1,76 Euro erhalten oder für 1,49 Euro erhalten. Das ist eine Reduzierung von 25%. Code of Princess für 20,99 Euro oder 17 Pounds. Eine Reduzierung von 70%. Sayonara Amika Kawase für 12,99 Euro oder 9,99 Euro. Eine Reduzierung von 48%. Superlittle Acorns 3D für 2,49 Euro oder 2,49 Euro. Eine Reduzierung von 50%. Wake Death für 1,99 Euro oder 1,79 Euro. Eine Reduzierung von 66%. Witch and Hero für 1,99 Euro oder 1,79 Euro. Eine Reduzierung von 50%. World Conqueror 3D für 3,99 Euro oder 3,59 Euro. Eine Reduzierung von 80%. Alle Reduzierungen gelten bis zum 11. September. Des Weiteren gibt es eine 3DS Demo und zwar Rhythm Tief Final Fantasy Curtain Call. Und für den DSi Shop oder DSi Rare könnt ihr Rhythm World Music für 200 Nintendo Points erhalten. Alle Angaben sind ohne Gewehr. Ihr könnt es aber unten in der Videobeschreibung noch einmal nachlesen. Kommen wir nun zu den Charts von Großbritannien. Auf Platz 1 ist The Last of Us Remastered auf Platz 2. Auch im PS4 Spiel auf Platz 3 ein Xbox 360 Spiel und zwar Minecraft. Danach kommt ein Xbox One Titel, Xbox 3 Titel, Xbox 4 Titel, Xbox 360 und es zieht sich bis Platz 13. Da kommt ein 3DS Titel mit Tomodachi Live. Auf Platz 24 kommt Mario Kart 8. Dann auf Platz 27 New Super Mario Bros. U und auf Platz 38 Pokémon Y. Recht wenige Titel in Großbritannien. Square Enix möchte außerdem Dragon Quest 7 bei uns rausbringen. Jedoch wissen sie nicht ob wir es wirklich kaufen, also ob wir anbeißen. Ähm, deswegen steht es noch nicht wirklich genau fest. Nintendo of America verlost 4 Super Smash Bros. Trainer Jacken. Ähm, die seht ihr jetzt wie sie aussehen. Um mitzumachen müsst ihr nur einen Tweet verfassen, in der eure Lieblingscharakterfigur von Super Smash Bros. drin ist. Eure Jackengröße und das müsst ihr in Add Nintendo America mit Hashtag Smash Bros. und Hashtag Sweeps Entry machen. Dann Mario Kart 8 ist 5 mal für einen Golden Joystick nominiert worden. Es gibt noch weitere Titel, die ich jetzt auflisten werde. In der Kategorie Most Wanted ist Zelda U, Splatoon und Super Smash Bros. für 3DS sowie für Wii U drin. Bei Best Indie Game hat Nintendo keine Nominierungen. Best Visual Design ist Donkey Kong Country Tropical Freeze und Mario Kart 8. Best Multiplayer Mario Kart 8 Super Mario 3D World. In Best Audio Donkey Kong Country Tropical Freeze, The Legend of Zelda A Link Between Worlds, Mario Kart 8 und Super Mario 3D World. In Best Gaming Moment haben wir Mario Kart 8 und zwar mit Luigi's Grimmiger Missage. Und der Best Storytelling hat Nintendo keine Nominierung. In Best Online Game ebenfalls nicht. Aber in Best Handheld Game haben wir The Legend of Zelda A Link Between Worlds, Professor Layton vs. Phoenix White Acer Tony und Pokémon X und Y. Best Mobile Games hat Nintendo keine Nominierung. Platform of the Year, 3DS und Wii U. Studio of the Year, Nintendo. Innovation of the Year und Personality of the Year hat Nintendo keine Nominierungen. und Game of the Year hat Nintendo The Legend of Zelda A Link Between Worlds, Mario Kart 8 und Super Mario 3D World. Ihr könnt im Link unten in der Videobeschreibung ebenfalls abstimmen. Des Weiteren kommt Resident Evil Revelations 2 weder für 3DS noch auf der Wii U. Miyamoto hat eine neue Gruppe von Entwicklern übernommen auszubilden. Mal schauen, ob wir ein neues New Super Mario Bros. 2 bekommen. Hoffentlich mit einem etwas höheren Schwerkeitsgrad. Es gibt weitere Super Smash Bros. Bilder, die könnt ihr ebenfalls im unten stehenden Link finden. Star Fox kommt nach einer Anordnung von Nintendo of America 2015. Samurai Warriors Chronicles 3 kommt am 4. Dezember in Japan raus. Und dann noch eine News, die sich auf heute bezieht. Und zwar laut dem russischen Nintendo Team kommt heute ein Nintendo Direct. Ob da wirklich was dran ist, ist nicht klar. Ich habe euch auf jeden Fall mal einen Link unten in der Videobeschreibung gepostet. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, die News. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Adieu.